Herzlich Willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amasreiter. Viel Spaß! Hallo zurück und hier gibt es wieder ein schönes Rätsel für euch. Das Lied kennt ihr bestimmt alle. Ich lasse euch einfach damit allein. Habt viel Spaß beim Knobeln, entweder über eure Klaviertasten vom Virtual Piano oder mit dem Farbklavier und ich bin mir sicher ihr werdet es herausbringen. Viel Spaß!